Au! Wo sind Mom und Dad, Schizo? Das weiß ich nicht, Kevin. Geh wieder an das Ding da rein. Du hättest erlaubt, dass der Dödel dir einen Kuss gibt? Halt die Klappe, Kevin! Wer ist das? Mein dämlicher kleiner Bruder. Hast du nicht gesagt, dass er dein großer Bruder wäre? Verdammt! Dödel, warum lässt du dir das von ihm bieten? Was soll ich denn machen? Ihm auch wehtun, er ist ein kleines Kind. Er ist ein kleiner Scheißkeil, du musst dich doch nicht so rumschubsen lassen. Ich dachte, ich stehe da einfach drüber. Ja, ich würde sagen, das läuft ja richtig gut für dich. Weißt du was? Das war's jetzt. Okay, du willst es drauf anlegen? Dann mal los, B... Warte, was? Nein, nein, nein! Wow, das ist echt ein Kinderspiel. Du bist so ein winziger Knirps. Ab jetzt ändert sich einiges, Kevin. Ja, das war's mit den Gemeinheiten. Lass mich los! Ich sag's mal!